Die vier besten transparenten Schubladenbehälter. Welcher ist der richtige für dich? Ich habe mir den Sundes Orgamyx Mini Aufbewahrungsbehälter gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Schubladenbox aus durchsichtigem Kunststoff ist sehr robust und stabil und bietet genug Platz für meine Küchenutensilien. Die drei Schubladen sind sehr geräumig und lassen sich leicht öffnen und schließen. Die Größe von L24,5 x L.18,5 x H25, 5 cm ist perfekt für meine Küchenablage und sorgt für mehr Ordnung. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen, da es eine gute Qualität zu einem fairen Preis bietet. Ich bin sehr zufrieden mit der Sundes Orgamyx Schubladenbox mit drei Schüben. Die Box ist transparent, was mir sehr gut gefällt, da ich auf einen Blick sehen kann, was sich in den Schubladen befindet. Mit einer Größe von 36,5 x 26 x 25,5 cm passt sie perfekt auf meinen Schreibtisch und bietet viel Stauraum für kleine Gegenstände wie Büroklammern, Stifte oder Notizzettel. Die Schubladen lassen sich leicht öffnen und schließen und sind sehr stabil. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen kann, der auf Ordnung am Arbeitsplatz Wert legt. Ich habe den Armaitech Stapelbare Kosmetik Organizer Schubladen 2er Pack gekauft und bin absolut begeistert. Die transparenten Schubladen sind aus robustem Acryl gefertigt und bieten viel Platz für Make-up, Hautpflegeprodukte und Haarschmuck. Die Fächer sind stapelbar, sodass ich sie nach Bedarf anordnen und mehr oder weniger Ebenen schaffen kann. Ich finde es auch toll, dass ich durch die durchsichtigen Schubladen sofort sehen kann, was ich wo gespeichert habe und wo ich nach Bedarf schnell etwas finden kann. Ein unverzichtbares Accessoire für mich. Ich habe die Relaxdays Schubladenbox aus Kunststoff gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Die Box ist perfekt für die Aufbewahrung von kleinen Gegenständen in der Küche oder im Haushalt geeignet. Sie hat vier verschiedene Fächer und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden. Besonders gut gefällt mir, dass die Schubladen transparent sind und man direkt sehen kann, was sich darin befindet. Die Qualität des Materials ist auch sehr gut und die Box ist sehr stabil. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall jedem, der eine praktische und funktionale Aufbewahrungslösung benötigt. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.